In diesem Video möchte ich euch mal eine Tastatur vorstellen, jedoch handelt es sich hierbei nicht um eine gewöhnliche Tastatur für den PC, sondern eine für die mobilen Endgeräte. Was die faltbare Tastatur von EC-Technology alles kann, werden wir in diesem Video herausfinden. Also los geht's! Zusätzlich zu der Tastatur gibt es noch ein Micro-USB auf USB-Kabel zum Laden des Akkus in der Tastatur. Aber kommen wir erstmal zum Design und der Bauweise. Das Gehäuse besteht bis auf die Scharniere aus Aluminium, was das Ganze schon mal viel hochwertiger wirken lässt. Die Tastatur an sich klappt man dann einfach so auf und dann kann sie auch schon mit dem Gerät verbunden werden. Durch die Gummistopper lässt sich das Keyboard auf glatten Untergründen auch nicht so leicht hin herschieben. Aufgeklappt hat die Tastatur eine angemessene Größe und ist auf jeden Fall angenehmer zu tippen als auf einem Handy oder Tablet. Zum Vergleich habe ich hier mal das Apple Wireless Keyboard und darauf die Klapptastatur, welche gar nicht mal so klein ist, wie man vielleicht denken mag. Trotzdem ist sie noch klein genug, um sie im zugefallerten Zustand zum Beispiel in die Gesäßtasche zu packen. Die Tasten an sich lassen sich eigentlich gut drücken, auch wenn sie für mich noch etwas mehr beim Tippen klicken dürften. Die Tasten mit dem blauen Zeichen haben noch zusätzliche Funktionen, die dann unter iOS und Android verwendet werden können, indem man sie in Kombination mit der Fn-Taste drückt. Kompatibel ist die Tastatur mit Android, iOS und Windows. Mac wird offiziell leider nicht supportet. Laut dem Hersteller soll der 800 mAh Akku im Standby über 500 Tage halten und bei Benutzung dann etwas weniger als 5 Stunden. Aber wer braucht nun so eine kleine faltbare Tastatur und ist sie ihr Geld wert? Die Tastatur kann für Leute, die viel und gern am Smartphone oder Tablet von unterwegs aus arbeiten, ziemlich nützlich werden. Es ist definitiv leichter und bequemer auf einer richtigen Tastatur zu tippen, um beim Schreiben das Feedback der Tasten zu haben, als jetzt auf einem kleinen Display sich andauernd zu vertippen. Wer kurz mal auf eine E-Mail antworten will oder ähnliches, für den kann das Teil schon etwas sein. Aber das muss, denke ich mal, jeder für sich selbst entscheiden. Mit einem Preis von knapp 35 Euro ist sie jetzt auch nicht allzu teuer. Einen Link zum Produkt findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung. Was haltet ihr von dieser kleinen Bluetooth-Tastatur? Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Das soll es aber mit diesem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, würde mich über Feedback in den Kommentaren oder einen Like freuen. Bis zum nächsten Mal, ich bin es Lukas und ciao.